Herzlich Willkommen, mein Name ist Rektalin und ihr schaut WePlayGames4U. Hier meine Top 5 Lieblingsmonster der Anfangsgebiete von Chained Echoes. Für mich stehen die Monster alle auf einer Ebene, weshalb die Reihenfolge nicht als Wertung gemeint ist. Ohrenschweine gehören zu den ersten Gegner. Ich musste sie mit reinnehmen, da die mich sehr stark an Pogo-Puschel erinnern. Kanaltaucher, weil ich da einfach viele Fragen habe. Was haben die im Beutel? Warten die Taucher die Kanäle oder sammeln die da Wertgegenstände? Egal was sie machen, ich mag das Design der Kanaltaucher sehr gerne. Wer liebt sie nicht, die Nachahmer? Gerne mal eine Truhe oder ähnliches, aber als Windmühle habe ich diese noch nie gesehen. Daher wohlverdienter Platz auf meiner Liste. Nun haben wir die Geister. Was soll ich sagen? Ich hasse sie von ganzem Herzen. Der erste Gegnertyp, abgesehen von dem einen oder anderen optionalen Boss, der eine echte Herausforderung dargestellt hat. Wenn ihr Tipps habt, dann schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Ihr werdet sehen, wie mühsam diese Gegner für mich waren. Deshalb habe ich auch den ganzen Kampf für euch laufen lassen. Und das dann werden wir uns mitOO маселde wie süsslich. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Okay. Das war's für heute. Vielen Dank. Das war's für heute. Okay. Vielen Dank. Die nächsten Gegner sind eine kleine Mogelpackung. Hier habe ich die Gebirgsbibis und deren gewöhnliche Eier. Ich mag die Mechanik sehr gerne, dass aus den Eiern, sofern sie nicht vorher getötet werden, fertige Bibis schlüpfen können, was, wenn man nicht aufpasst, auch ein wenig herausfordernder werden kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, mich interessiert, welche Monster in eure Top 5 gehören und vor allen Dingen warum. Bis zum nächsten Mal.